Ein schönes Beispiel wieder von Cal Newport, wo er Deep Work ein bisschen damit einführt und sagt, ja, also er hat halt in der Singermess, ich weiß nicht, vier Stunden am Vormittag intensiv gearbeitet, ist dann, genau, war glaube ich dann Mittagessen oder irgendwas und ist dann am Nachmittag so lange spazieren gegangen, bis er das, was er am nächsten Tag schreiben wollte, durchgedacht hatte, fix und fertig durchgedacht hat. Und vielleicht im Sinne dessen habe ich das auch schon ein paar Mal ausprobiert, um einfach einen neuen Workshop zum Beispiel zu kreieren und das funktioniert wirklich super. Du gehst einfach raus auf ein Stündchen oder einen Tal, gehst mit dem Gedanken los, an was du arbeiten möchtest und kannst während dem Gehen ganz anders irgendwie drüber nachdenken. Also du beginnst, wenn du irgendwie merkst, du gehst in eine Sackgasse rein gedanklich, dann kannst du extrem leicht aus der wieder rauskommen und einfach daneben nochmal weiterprobieren, wie es denn dort ist. Und das ist sowas, was ich finde, während du am Schreibtisch sitzt oder vor dem Computer sitzt, finde ich das sehr viel schwieriger, als das eben die Erfahrung ist, wenn du das beim Gehen machst, dann ist einfach, aha, neu und dann kommt irgendwie ein Landschaftswechsel und dann geht das ganz von alleine, findest noch einmal irgendwie einen neuen Ansatz, einen neuen Winkel, siehst das nochmal von einer anderen Seite und wenn du zurückkommst, hast du das Ding einfach fertig. Und dann hast du es im Kopf und dann setzt du dich halt eine halbe Stunde hin und schreibst das einmal gar in dein Notizbuch runter und dann ist es festgehalten für die Zeit. Also kann ich wirklich nur empfehlen, dass man das mal ausprobiert und auch da eben, also diesen Aspekt finde ich halt so toll, dass man mal dieses Büro und wir sitzen alle vom Computer und nur wenn wir vom Computer sitzen, ist es wertvolle Arbeitszeit. Und alles andere ist quasi Faulenzen und Kaffee trinken, das ein bisschen aufzubrechen und zu verstehen und zu sehen, es gibt da schon mehrere Möglichkeiten, wie man sein Hirn zu Höchstleistungen antreiben kann. Und das ist sicher nicht nur vor einem Bildschirm sitzen und auf die Tastatur einhemmen.